Mein Name ist Carsten Herzog. Mein Name ist Uwe Heinrich. Warum sind wir hier? Wir sind beide aus dem Gewerbeingenieurbüro, also Planung, Beratung, Bauberatung und haben in unserem Job natürlich auch viel zu tun mit dem Thema, wenn es darum geht, zum Beispiel Aufträge zu verhandeln, Nachträge zu verhandeln, Auseinandersetzung mit Baufirmen, mit Auftraggebern und dergleichen und dort geht es auch öfters mal sehr salopp, haarig zu und dort haben wir in unserer, der Uwe ist jetzt schon 30 Jahre im Betrieb, also quasi beruftätig, bei mir sind das jetzt 21 Jahre und es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, die dann auch eskalieren, wo dann ums Geld gestritten wird, wo um Leistung gestritten wird und da haben wir also auch schon mal das Thema Mediation kennengelernt, dass also nicht immer alles gleich vorm Recht landen muss, wenn man sich nicht einig wird, sondern dass es eben diese Zwischenstufe gibt einer Mediation, dass man sich an den Tisch setzt und gemeinsam den anerkennen muss, den Mediator und dann in eine Streitbeilegung eben über diese Schiene, also wenn man sich, weiß nicht, über bestimmte, bei uns Beruf heißt das Nachträge, also wenn es um irgendwelche Bauleistung geht, die verbietet werden müssen und dann geht es, ist es durch ein adäquates Mittel, sich über einen Mediator zu einigen, weil ein Gericht kostet Geld und das ist dann für beide Seiten immer von Nachteil, weil es hohe finanzielle Aufwendungen sind und zur Mediation, wenn es beide Seiten anerkennen, ist dann halt auch eine Möglichkeit, man streitet, einen Baustreit, also man streitet immer um die Sache beizulegen und deswegen ist das mit dieser Mediation gar nicht schlecht und so sind wir aufmerksam geworden oder der Firma Stein beißt auf uns, über die Firma, also hier über dieses soziale Netzwerk singt und so kommt es heute zu der Einladung, deswegen sind wir heute hier.